Ich lass dich ganz lang, ja? Aber du tust... Nein, Schritt! Du gehst im Schritt. Du musst jetzt mit dir üben, jetzt bleibst du stehen, hast du Sacken gehörst du? Nein, du kriegst jetzt kein Leckerli, komm! So bist du. Und langsam. Ich weiß noch nicht, gehen wir jetzt zu, oder auch von oben? Ich würde sagen, wir gehen da oben. Wenn der Traktor jetzt uns nachfällt, dann haben wir eine ziemlich lange Strecke, wo uns der nervt. Gell? Das weißt du auch. Also gehen wir so. 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 Vielen Dank. Vielen Dank.